Mache es dir gemütlich. Setze oder lege dich hin und achte auf deinen Atem, wie du ein- und ausatmest. Du spürst, wie du mit jedem Atemzug dich immer mehr entspannst und innerlich mehr und mehr zur Ruhe kommst. Und du spürst innerlich eine zunehmende Gelassenheit und Ruhe. Spüre, wie du immer mehr in dir, in deinem Inneren ankommst. Lass dich nun durch meine Worte begleiten auf eine Reise in dein Inneres. Ich bin reines Bewusstsein. Ich bin Freude. Ich bin ein Mensch. Ich bin voller Kraft. Ich bin ein Teil des Ganzen. Ich bin wer ich bin. Ich bin wer ich bin. Ich bin in meinem Herzen. Ich bin ein Kind der Sonne. Ich bin ein Kind der Sonne. Ich bin ein Schöpferwesen. Ich bin ein Schöpferwesen. Ich bin wahre Liebe. Ich bin die Branche. Ich bin Ich bin ein Neighbor. Ich bin ein Sto B. Ich bin die Wahrheit. Ich bin reines Bewusstsein. Ich bin Freude. Ich bin ein Mensch. Ich bin voller Kraft. Ich bin meines Selbstbewusst. Ich bin ein Teil des Ganzen. Ich bin, wer ich bin. Ich bin in meinem Herzen. Ich bin ein Kind der Sonne. Ich bin Dankbarkeit. Ich bin ein Schöpferwesen. Ich bin wahre Liebe. Ich bin das Leben. Ich bin Vertrauen. Ich bin schön. Ich bin schön. Ich bin ich bin. Ich bin ich bin. Nach ein paar tiefen Atemzügen. Kommst du wieder zurück ins Hier und Jetzt. Du bist völlig erholt, klar und erfüllt mit Freude. Und jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020